Jetzt sind wir im Wachbeper gestern. Jetzt bekomme ich sie an, dass wir jetzt eine Früchte haben. Jetzt sind die Kuhn-Schlüssige, ob sie es hält oder nicht. Die Kuhn-Schlüssiges nicht genau. Jawohl. Jetzt sind die Kuhn-Schlüssige. 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 Die Kuhn-Schlüssige. Zero Wissens. Ich sah eine kleine Kuhn-Schlüssige. Sein Freu. Jetzt kommt der Hauptdarsteller mit der grössten Gage. Ganz gut, ganz gut, der Läuse. Bravo! Ganz gut. Der Läuse braucht immer, ich muss sagen, Respekt. Super. Danke. Das ist ja gut, ich darf...